Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal wieder bei meiner Make-up-Sammlung weitermachen. Wir nähren uns ja so langsam dem Ende. Ich habe aber noch drei Kategorien, bei denen ich so einiges zum Durchgehen habe. Das heißt, ein paar Videos kommen noch. Und als erstes machen wir jetzt nochmal weiter mit meinen Setting-Sprays. Die möchte ich euch gerne alle zeigen. Und ja, lasst mich auch gerne in den Kommentaren immer wissen, wenn ihr ein bestimmtes Produkt davon sehen wollt. Ich verlinke natürlich wieder alle Videos in der Infobox, wo die Setting-Sprays vorkommen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Der Look kommt übrigens noch in ein paar Videos online, ist mit einer neuen Beauty-Bay-Palette entstanden. Genau, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinen Setting-Sprays. Ich würde mal mit meinen High-End-Setting-Sprays starten. Bei denen habe ich nämlich um einiges mehr. Und zwar mache ich den Anfang von Glam Glow, das Glow-Setter-Setting-Spray. Ihr seht, die Hälfte ist schon draußen. Das mag ich sehr, sehr gern. Ich mag den Duft gern. Ich habe jetzt einen anderen Sprühkopf drauf, weil der leider kaputt gegangen ist, der Originale. Und das habe ich auch bei vielen schon gehört, dass sie das gleiche Problem hatten. Also da müsste Glam Glow vielleicht nochmal so ein bisschen nachlegen. Aber an sich ist es ein wirklich schönes Setting-Spray. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich von Tatcha den Luminous Dewey Skin Mist, der ja so gehypt ist. Den habe ich mir aus den USA damals mitgebracht. Ich finde ihn okay, aber ich verstehe den extremen Hype nicht so ganz dahinter. Ich mag den Geruch nicht so gerne. Also da gibt es andere Setting-Sprays, die besser riechen, finde ich. Und ja, ich sehe jetzt auch nicht so den riesen Unterschied zu anderen Setting-Sprays. Also ist okay, aber ich finde für diesen riesen Preis, was dieses Ding ja kostet, hätte ich mehr erwartet. Dann kommen wir mal zu meiner Fix Plus Kollektion. Da habe ich nämlich einiges von MAC, von dem Fix Plus. Und zwar habe ich das kleine Setting-Spray in Wassermelone. Dann habe ich es noch in Ananas. Ich habe das große originale Fix Plus. Das, da seht ihr auch, ist nicht mehr so viel drin. Das benutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe die Limited Edition, die in so einem fruchtigeren Duft eben kam. Dann habe ich noch die Limited Edition, die aus so einer Flower-LE war. Ja, vom Packaging einfach halt sehr, sehr schön auch. Also ihr seht, ich bin ein großer Fix Plus Fan. Ja, damit sprühe ich gerne meine Lidschatten an oder halt einfach auch so zum Erfrischen das Gesicht. Also das Fix Plus finde ich wirklich super. Und zu guter Letzt habe ich noch das Fix Plus Gold Light. Ihr seht hier auch richtig schön die Schimmerpartikel. Benutze ich nicht so häufig, weil es mir fast ein bisschen zu heftig ist. Aber ja, so manchmal im Sommer finde ich es eigentlich ganz schön. Ein Setting-Spray, das so grob in genau der gleichen Flasche kommt, ist von Anastasia Beverly Hills. Das Dewy Set habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Finde aber die Verpackung einfach auch wunderschön. Also das Goldglitzer ist nur außen, das ist nicht im Spray. Ja, ich freue mich schon drauf, es auf jeden Fall zu benutzen. Von Urban Decay habe ich zwei kleine All-Nighter. Das hier habe ich mal in einer Bestellung mit umsonst dazu bekommen. Und das andere habe ich mir so gekauft als Travel Size. Ich bin nicht der größte Fan davon. Mir ist das einfach zu matt, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch so, dass sich mein Gesicht danach total fest anfühlt und es so spannend. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Beste für meine trockene Haut. Ich nehme es immer mal gern mit, wenn wir verreißen. Einfach, weil es nicht so groß ist. Aber es zählt auf jeden Fall ja nicht zu den Setting-Sprays, die ich gerne mag. Von Kylie Cosmetics habe ich auch einen Fixing-Spray. Habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. Ja, bin aber schon gespannt, wie es so funktioniert. Ein Spray, das ich sehr gerne mag und das jetzt noch original verpackt ist, weil ich noch ein offenes habe, ist von Pixi, der Glow Mist. Finde ich unglaublich gut. Sprühe ich mir gerade morgens gerne eben ins Gesicht. Also ihr schüttelt das so. Und ja, es ist wirklich schön auf der Haut. Der Geruch ist super. Also ich mag auch das Glow Tonic sehr gerne und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich noch von Pixi den Hydrating Milky Mist. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Das Milky Tonic, davon benutze ich jeden Morgen. Finde ich auch super. Und deshalb habe ich mir auch den Milky Mist noch gekauft, weil ich einfach mal schauen wollte, ob der genauso gut funktioniert. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, ihn zu testen. Von Huda Beauty habe ich das Setting-Spray. Okay, das habe ich bis jetzt noch nicht ausgetestet. Habe aber bis jetzt fast nur Schlechtes drüber gehört, dass es so extrem parfümiert sein soll. Ja, ich bin schon sehr gespannt, habe mich bis jetzt aber irgendwie noch nicht so ganz ran getraut. Was ich hier auch witzig finde, das ist wie bei den Morphe Setting Sprays, dass es in so einer, ja, sieht aus wie eine Haarspraydose. Ich, ja, bin schon sehr gespannt. Dann habe ich von Beauty Blende das Redue Set & Refresh Spray. Habe ich auch noch nicht getestet. Was ich hier negativ finde, ist, dass es eben so eine Riesenflasche ist. Also im Vergleich zu meiner Hand hätte man das, denke ich mal, auch kleiner machen können. Bin aber schon gespannt, wie es funktioniert. Ein Spray, das ich sehr gerne mag, ist von Too Faced, das Hangover 3 in 1. Da gefällt mir allerdings bei dem normalen der Geruch nicht so doll, weil es eben nach Kokosnuss riecht. Und Kokosnuss ist ja gar nicht meins. Also ich hasse diesen künstlichen Kokosnussgeruch. Ich mag Kokosnuss auch nicht essen. Also damit kann man mich wirklich jagen. Und deshalb war ich natürlich, weil ich das Spray an sich gerne mag, total begeistert, als ich gesehen habe, dass es eben in einem anderen Geruch kommt. Da habe ich mir dann das mit Wassermelone gekauft. Und ich habe mir noch das mit Peach gekauft. Also da bin ich sehr froh, dass da auch andere Gerüche rausgekommen sind. Die Sprays sehen natürlich auch super süß aus. Und ja, mag ich sehr gern. Von Fasali habe ich den Rose Gold Skin Mist. Ihr seht, unten sind wie so goldene Partikel. Ja, habe ich auch noch nicht getestet. Fühlt sich aber unglaublich hochwertig an. Ich meine, es war auch teuer. Deshalb ist es auch gut, dass es sich so anfühlt. Ja, hier bin ich auch noch sehr gespannt. Von Fenty Beauty habe ich das Setting Spray What It Do. Das habe ich einmal, glaube ich, ausgetestet. Fand ich ganz in Ordnung. Muss es aber noch öfters austesten, um wirklich sagen zu können, ob ich es gut finde oder nicht. Von Too Faced habe ich dann noch ein anderes Setting Spray. Und das ist das Dew You Fresh Glow Setting Spray. Das mag ich auch sehr gerne. Das war aus der Fruit Edition. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ja, wo es eben auch die Foundation gab und die Face und die Eye Palette. Genau, da ist das raus. Finde ich sehr schön. Ich mag aber die Hangover Sprays lieber. Von Becca habe ich dann den Skin Love Glow Shield Prime & Set Mist. Davon habe ich den Primer. Den mag ich sehr, sehr gern. Und habe mir daraufhin auch das Setting Spray noch bestellt, um das mal noch auszutesten, ob das eben genauso gut ist wie der Glow Nectar. Von Gera Cosmetics habe ich drei Setting Sprays, die in Zusammenarbeit mit Rich Luxe waren. Das ist wie so ein Drama Channel aus den USA. Ich muss sagen, ihn mag ich nicht so gerne. Also wegen ihm habe ich das jetzt nicht gekauft, sondern einfach, weil ich die Gerüche sehr spannend fand. Und zwar ist das, es müsste hier doch irgendwo stehen. Nein? Okay, doch hier. Das ist das Dreamsicle Setting Spray. Das soll, ja, nach so einem, wie sagt man das? Nach einem Mango Maracuja Eis sozusagen riechen. Peach Eis. Also auf jeden Fall Dreamsicle wie so ein Eis. Ihr kennt bestimmt die, die man mit so einem Stab nach oben drückt. Ja, ich bin gut im Beschreiben. Ja, das soll auf jeden Fall sehr lecker riechen. Deshalb habe ich mir das mal bestellt. Und das zweite Setting Spray dazu auch, weil das eben nach Mint Chocolate Chip riecht. Riecht sehr lecker, muss ich sagen. Und mit Mint Chocolate Chip riecht man mich eh. Das ist mit einer meiner Lieblingskombinationen. Deshalb habe ich mir das auch bestellt. Und das kam eben in so einem Haus. Da war dann noch ein kleines Mint Chocolate Chip mit dabei. Genau, habe ich einfach mal behalten zum, falls ich mal wieder verreißen sollte, zum Mitnehmen. Und das letzte High-End Setting Spray, das ich habe, ist von Glow Recipe, das Watermelon Glow Ultra Fein Mist. Habe ich auch noch nicht ausgetestet. Finde die Verpackung aber echt cool, muss ich sagen. Und ja, freue mich auch schon drauf, es zu testen. Dann kommen wir mal zu meinen Drogerie-Setting Sprays. Da habe ich um einiges weniger. Und zwar habe ich das erste von Fourth Ray Beauty. Das ist ja das Schwesterbrand sozusagen zu Colourpop, was so für die Skincare verantwortlich ist. Genau, das ist der Fresh AF Mist. Soll eben gut feuchtigkeitsspendend sein. Habe ich noch nicht getestet, weil ich gerade noch meinen Glow Mist von Pixi benutze. Und werde es danach auf jeden Fall testen. Dann habe ich von Morphe den Continuous Setting Mist. Das ist ja so ein ganz bekanntes Setting Spray, was eben auch in dieser Haarspraydose sozusagen kommt. Und ja, so einen ganz feinen Nebel hat, der eben durchgehend auch ist, wenn man drauf bleibt mit dem Finger. Ich finde es sehr gut, muss ich sagen. Ja, hat mir gut gefallen. Das gleiche habe ich mir dann noch in der Zusammenarbeit mit Jeffree Star eben gekauft, weil das so nach Erdbeere riechen soll. Es ist schon sehr stark parfümiert, würde ich mal sagen. Also es ist sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Es ist halt ein sehr künstlicher Apfel, sehr künstlicher Erdbeergeruch. Es ist in Ordnung, aber der normale Geruch gefällt mir besser. Und dann habe ich mir noch die Sweet Peach oder Saweet Peach, wie sie heißt, Edition davon bestellt. Das war, glaube ich, mit Saweetie oder wie sie heißt. Ist auf jeden Fall mit einer Influencerin, Sängerin. Ich glaube, eine Sängerin ist sie. Mit ihr in der Zusammenarbeit. Und ja, habe ich noch nicht getestet. Mag ja aber den Morphe Spray sehr gern und bin auf den Geruch hier schon sehr gespannt. Hoffe, dass er nicht so künstlich ist wie der Erdbeergeruch. Ein Setting Spray, das ich auch ganz gerne mag, ist von BH Cosmetics. Das Paradise Set Illuminating. Trage ich gerne auf, wenn ich so ein bisschen, ja, Glitzer will. Also hat nicht dolle Glitzerpartikel, aber es ist halt ein Illuminating Setting Spray. Genau. Riecht eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Ich meine, es war Pineapple oder irgendwas Tropisches. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Kann mich aber daran erinnern, dass ich es ganz gut fand. Ein Spray, das ich auch gerne mag, ist von Florence by Mills. Der Zero Chill Face Mist. Das ist nicht wirklich ein Setting Spray, sondern wie der Pixi Glow Mist. Eigentlich eher so ein Hautpflegespray. Das benutze ich sehr gerne vor dem Make-up einfach. So als über meinen Primer nochmal drüber, als zusätzliche Pflege. Genau. Finde ich ganz gut. Dann habe ich von Colourpop den Pretty Fresh Mist, der auch mit Hyaluronsäure ist. Auch den mag ich sehr gern. Ist für mich aber auch eher wie so ein Primer Spray nochmal. Also den ich zusätzlich über meinen Primer aufgebe und weniger am Setting Spray. Deshalb ist das auch für mich eher wie so ein Hautpflegespray, wie auch das Florence by Mills. Von Maybelline habe ich den Lasting Fix. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich fand es in Ordnung. Ja, ist jetzt aber nicht mein Lieblings-Setting Spray. Ist eine gute Alternative aus der Drogerie. Aber da greife ich dann doch lieber zu anderen Setting Sprays. Von Essence habe ich aus der My Power ist das Earth Setting Spray. Das fand ich sehr gut. Den Geruch fand ich sehr entspannt, muss ich sagen. Und das Packaging unglaublich schön. Das seht ihr alle. Also das finde ich ein wirklich gutes Setting Spray. Hat mir gut gefallen. Und ja, ist natürlich auch ein schöner Hingucker. Von Wet & Wild habe ich das Photofocus Natural Finish Setting Spray. Finde ich auch in Ordnung. Für die Drogerie ist es eigentlich ganz gut. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt so ein Setting Spray, das man braucht. Die letzten beiden Setting Sprays sind von Catrice. Und zwar habe ich einmal das alte Illuminating Prime & Fine Dewey Glow Fixing Spray. Heute habe ich es wieder mit dem Sprechen. Und das neue Shake Fix Glow Spray. Finde ich beide sehr gut. Gut, ich schüttel den mal kurz für euch. Dann seht ihr hier richtig schön so die Partikel drinnen. Und ja, bei dem auch so ein bisschen. Finde ich sehr gute Drogerie Setting Sprays, muss ich sagen. Also wenn ihr was in der Drogerie sucht als Setting Spray, kann ich euch die von Catrice auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte auch eins von Essence. Das habe ich aber aussortiert, weil ich da den Sprühkopf so aggressiv fand. Aber die von Catrice sind wirklich super. So, das waren jetzt alle meine Setting Sprays. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, welches euer Lieblings-Setting Spray ist. Ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht das Perfekte für mich gefunden, beziehungsweise eins, ohne dass ich gar nicht mehr leben könnte. Deshalb lasst mich gerne mal eure Favoriten wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! 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 ып